Einen schönen Morgen Hallo Leute Achja, ich melde mich immer Ich melde mich endlich wieder nach endlichsten Jahren wieder zurück Ähm, vielleicht ist es gerade ausgegangen, ich weiß nicht warum Ist mir jetzt egal Auf jeden Fall bin ich wieder da Und das ist unser neues Haus Blacky und ich werden jetzt ab sofort ein Dorf bauen, das ist Franzplatz, was er wird Noch Wer weiß überhaupt noch mitspielt Das ist Blackys Haus noch nicht fertig Man kann ja vom Fenster reinschauen Ja, ist ganz schick aus Sie hat einen Administratorcode benutzt, dass ich nicht die Tür aufmachen kann Nein, hat sie nicht Ich will ihn trotzdem nicht rein Kann sie selbst machen So Das sind Schweine Und das ist meine Kirche Die ist auch noch nicht fertig Das da zum Beispiel müssen wir weg Und hier kommen wir leider hin Und so weiter Und das ist unsere Karte Ähm Hier ist meine Insel Da wo das Kreuz gerade auf ist Also meine Wo der Riesenkaktus ist und Äh Leider kann man das nicht drehen Und wo ich gerade Direkt geradeaus schaue Warte, jetzt Da vorne So gesehen auf der Karte Müsste Mein Boot sein Das ist dieser Holzblock Da auf der Meer Links vom Kreuz Das ist sehr groß Und das Ihr kennt ja ja alle Ich wollte euch einfach nur das zeigen Hier Es hat mehrere Stunden gedauert Bis wir den perfekten Ort gefunden haben Und ja Ah ja, unter uns könnte ein Tier sein Na gut, das wollte ich euch nur zeigen Hausscherns Hier lebt Jones 1.0 Spiegel Jones 1.0 So Ich sage tschüss Bis zum nächsten Mal Euer Jones 1.0 Spiegel Tschau Ich war jetzt kurzer Part